Das Kloster Mechthal ist ein Benediktinerinnenkloster im Ort Mechthal in der Gemeinde Kerns im Kanton Obwalden der Schweiz. Die Ursprünge des Klosters gehen auf eine Genossenschaft religiös gesinnter Mägde zurück, die 1860 vom Luzerner Weltpriester Balthasar Estermann auf dem Bramberg in Luzern gegründet worden war. 1866 erwarb Estermann im Mechthal ein Haus, um dort zusammen mit drei Frauen ein Kloster der ewigen Anbetung zu gründen. Estermann starb bereits 1868. Danach übernahm Pater Berchdold Flury vom Kloster Engelberg die Betreuung der Frauen und gab ihnen die Benediktregel. Von 1868 bis 1998 führte das Kloster ein Mädcheninternat. 1869 weiten die Schwestern ihre Heilig-Geist-Kirche ein. Von verschiedenen Außenstationen des Klosters besteht heute nur noch das Benediktinum Scharnitz in Tirol. 1889 gründeten Mechthaler Schwestern ein Filialkloster in Rapid City, das sich jedoch um 1900 selbstständig machte. Die jetzige Klosteranlage wurde im neuromanischen Stil zwischen 1892 und 1896 nach Plänen des Schwieser Architekten Clemens Steiner errichtet. Der Chor der Kirche erfuhr 1989 bis 1990 eine Neugestaltung durch den Künstler Alois Spichtig aus Satzeln. Die Benediktinerinnen sind eine Gemeinschaft von Schwestern, welche unter anderem Handarbeit und Kunst betreiben und das Gästehausinstitut Mechthal führen, das Platz für 90 Personen bietet. Das Institut soll an die Stiftung Juvenat der Franziskaner verkauft werden, die das von ihr betriebene Schul- und Therapieheim aus dem benachbarten Flüeli-Ranft hierher verlegen will. Die Musik Die Musik Die Musik Die Musik